O9 Moinzen zu diesem Video und das Heimtrikot ist draußen. Wurde gestern Abend angekündigt und dann heute um 10 Uhr war es soweit. Gerüchte gab es davor auch schon einige, auf Twitter vor allem. Es sollte Design-Elemente haben, wie es schon auf der Dauerkarte zu sehen ist, also auf der Seite, wo man sieht, wie die Dauerkarte aussieht. Für die neue Saison. Wappen sollte in der Mitte sein, kein Sponsor drauf, limitiert kaufbar und ja, soweit ist eigentlich quasi alles davon auch genauso gekommen. Weiß-Rotes Heimtrikot ist da, richtig und wichtig. Wir haben einen größeren Brustring als letzte Saison und das Wappen ist wie zuletzt, glaube ich, 2018, 2019 in der Abstiegssaison zentral in der Mitte. Jarko direkt darüber und wie auf der Dauerkarte zu sehen, ist das Design auch genau so. Diese farblichen Nadeln, sage ich mal, gehen quasi in der Form des Wappens von dem Wappen weg auf dem Trikot, das ja zentral ist. Dann gehen die Dinger so links, rechts, oben, unten weg davon. Das Einzige, was nicht kam, was ich glaube auch in irgendeinem Artikel stand, dass es irgendwie drauf sein sollte, es ist Neckarstadion oder das Stadion, sollte in irgendeiner Form drauf sein. Das ist jetzt nicht passiert, das ist nicht der Fall. Vielleicht ja auf dem anderen Trikot, ich weiß es gerade nicht, ob sie es spezifisch für das Heimtrikot gesagt hatten, aber vielleicht ja auf dem Auswärts- oder auf dem dritten Trikot, wer weiß. Und auf die muss ich auch echt so ein bisschen hoffen, wenn ich ganz ehrlich bin, also aufs Auswärts-Trikot und aufs dritte Trikot. Jeder hat seinen Geschmack, bei jedem unterschiedlich, aber mein trifft das Trikot jetzt zumindest mal auf den ersten Blick nicht. Also ich muss auch, mittlerweile hat sich das auch so ein bisschen relativiert, also am Anfang dachte ich mir echt so auf den ersten Blick so, ach du Scheiße, das ist es ja mal gar nicht. So schlimm ist es jetzt am Ende des Tages natürlich auch nicht, wenn man ein paar Mal drauf schaut, aber es trifft meinen Geschmack nicht so richtig. Oft hilft es ja auch, wenn man das Trikot dann an Spielern sieht. Diesmal, dieses Foto mit Wackmann zum Beispiel, irgendwie auch nicht so ganz, macht es irgendwie auch nicht so wirklich besser. Ich bin irgendwie einfach kein Fan von diesem Design, wie gesagt, diese Nadeln, diese Farbtöne. Die Idee ist schon da, ich finde es auch ganz cool, die Idee, aber es ist halt in der Umsetzung, sieht das nicht so geil aus. So auf der Dauerkarte kannst du das machen, so gar kein Thema, ist okay, finde ich. Aber auf dem Trikot ist es das irgendwie halt echt nicht. Natürlich, Wappen in der Mitte ist auch nicht wirklich meins, lieber da links irgendwie wieder hin oder halt quasi über die Brust drüber. Aber das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also sie verpacken es auch so nach dem Motto 130 Jahre VfB dieses Jahr, Wappen so in den Vordergrund rücken und sowas. Ja, ist okay und dann kommt auch diese Form eben dann vom Wappen aus. Das Wappen ist schon durchaus in den Vordergrund gebracht, auch grafisch oder vom Design her. Ich finde es aber irgendwie echt nicht geil. Ich brauche das Wappen irgendwie quasi über dem Herz, doof gesagt, irgendwie halt so auf der Brust so links. Dieses Yaku direkt drüber fällt wahrscheinlich später auch nicht groß auf, aber finde ich irgendwie auch nicht so geil. Ein Brustring, wie gesagt, ist auch echt einen Ticken größer, vielleicht auch ein bisschen arg groß. Wer weiß, wir haben noch keinen Sponsor, aber wer weiß dann, wie es ja der Sponsor diesen Brustring ausfüllt. Das ist echt eine riesen Werbefläche, dieser Brustring dann. Mal gucken, was da für ein Sponsor kommt. Und es ist einfach ganz insgesamt sauschade. Man hat es ja ein bisschen gehört auf Twitter und sowas. Es kommt ein Heimtrikot, ein klassisches Brustringtrikot halt. Es kommt ohne Sponsor und sowas. Dann dachte ich ja echt, boah Junge, das ist ja sowas von Kaufgrund. Also Trikot ohne Sponsor, einfach ein cleanes, weiß-rotes Heimtrikot ohne Sponsor. Also sofort, Junge, take my money, aber sofort. Aber mit dem Design halte ich mich da erstmal zurück. Ist natürlich wie immer auch einfach sauteuer. Hier wieder 84,99 Euro, ich glaube irgendwie irgendwas über 80 Euro für Mitglieder dann. Auf 5.000 Stück limitiert. Mal die Frage, wie schnell die dann weg sind. Und das werden auch die einzigen Trikots bleiben, die ohne Sponsor verkauft werden wahrscheinlich. Also es wird nicht sein, dass du irgendwie nach der Saison, wie jetzt zum Beispiel das aktuelle Trikot, du das nach der Saison nochmal für 40 Euro oder so irgendwie reduziert kaufen kannst. Dann halt nur wieder mit Sponsor. Also wenn man einen Heimdrücker haben will ohne Sponsor, oder muss man jetzt zuschlagen bei den 5.000 Stück. Wie gesagt, hatte echt Bock. Klar, der Preis ist scheiße, aber trotzdem war er teuer. Ist ja irgendwo normal geworden, leider mittlerweile der Preis. Aber das Design holt mich nicht genug ab. So wirklich, ich gebe mir einfach ein cleanes, weiß-rotes Trikot ohne Sponsor und so fort. Aber diese Design-Elemente und so, wie ich schon ein paar Mal wiederholt habe, holt mich nicht so ganz ab. Ich hoffe so ein bisschen, dass die anderen Trikots ein bisschen geiler aussehen dann. Und immerhin, das muss man ja auch sagen, deswegen bin ich da auch nicht so riesig enttäuscht oder wie auch immer. Da rege ich mich ja nicht so riesig drüber auf eigentlich. Weil letzte Saison das Heimtrikot, auch da wieder Geschmäcker unterschiedlich, aber ich fand das absolut grandios. Sensationelles Heimtrikot. Dieses Jahr halt nicht so geil, aber so gesehen, ich habe ja auch das Heimtrikot und auch das dritte dann. Das ist quasi genau das gleiche Design, einmal schwarz, einmal weiß. Aber das Heimtrikot letzte Saison ist wunderschön, ein richtig geiles Trikot. Und so gesehen hat man dann eh erst mal ein Heimtrikot am Start. Also dann warte ich von mir aus auch noch bis nächstes Jahr oder bis von mir aus auch in drei Jahren oder so, wenn du dann das nächste gescheite Heimtrikot bekommst. Und man ist erst mal, finde ich zumindest, eh bedient, was geile Heimtrikots angeht. Also tut es nicht so weh. Was halt vor allem weh tut, glaube ich, ist halt echt, dass du halt mal die Chance hattest, ein geiles Trikot zu haben ohne Sponsor. Und dann ist es halt so ein Trikot, das wirkt, vielleicht gefällt es manchen, aber die meisten, die sich so gelesen haben, denen gefällt es auch nicht so ganz. Wie gesagt, gespannt dann aufs Auswärtstrikot und aufs dritte Trikot. Dieses Jahr war es ja so, letztes Jahr war es ja so, dass das dritte Trikot wirklich quasi das gleiche, wie das erste Trikot war, nur in schwarz. Da hoffe ich diesmal, dass wir vielleicht ein bisschen was anderes machen. Weil das, wie gesagt, für mich zumindest vom Design her nicht so geil ist, dass man es zweimal machen muss, ums Verrecken. Auch gespannt, wann die rauskommen, wann die ersten Gerüchte kommen, die ersten Leaks kommen quasi. Kann mir aber nicht vorstellen eigentlich, dass das jetzt so schnell passiert, beziehungsweise andersrum, ich glaube eher, dass die Auswärtstrikots und dritten Trikots dann rauskommen, wenn der Trikotsponsor feststeht. Ich glaube nicht, dass sie mehr als das Heimtrikot ohne Sponsor veröffentlicht und auch schon verkaufen limitiert. Ich glaube wirklich, auf Ossetrikot und drittes Trikot können wir uns, glaube ich, vorbereiten, wenn der Trikotsponsor irgendwann steht. Aber kann natürlich da auch falsch liegen, mal gucken, wie es da aussieht. Was es jetzt auch natürlich schon gibt, ist das Tova-Trikot. Gleiches Design natürlich, aber halt gelb-schwarz, also gelb in großem Maße und schwarz der Brustring. Morgen, da wird ein kurzes Video von mir wahrscheinlich dazu, oder sehr wahrscheinlich dazu, weil Bundesliga-Spielplan, Bundesliga-Spielplan kommt morgen Mittag raus, ich glaube wahrscheinlich so um 12 rum. Das heißt, echt diese Woche ein Porsche-Einstieg, Stadionname hast du neu, ein Heimtrikot ist jetzt rausgekommen, morgen der Spielplan. Diese Woche ist echt, echt einiges am Start gewesen, einiges passiert bisher. Gerne eure Meinung natürlich vor allem zum Heimtrikot in den Kommentaren da lassen. Bin leider nicht so der große Fan davon. Hätte echt richtig geil sein können ohne Sponsor, aber ich will mich ja auch nicht 15 Mal wiederholen. Alle verschiedene Geschmäcker am Start, deswegen vielleicht gibt es auch ein paar von euch in den Kommentaren, die das Trikot echt geil finden. Bin sehr gespannt darauf. Dann natürlich wie immer gerne kostenlos den Like und das Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, bis jetzt das Abo.